Mit Halo Spartan Assort liefert Microsoft einen Titel für Windows 8 und Windows Phone 8, der so manchen Android- oder iOS-Besitzer neidisch machen könnte. In Spartan Assort wird euch eine kleine nette Geschichte erzählt, die sich zwischen Halo 3 und 4 quetscht. Eine Splittergruppe der Allianz brach den Waffenstillstand von 2552 und griff UNSC-Truppen an. Nachdem die Kämpfe schließlich beendet waren, nun, es ging weder für das UNSC noch für die Allianz gut aus. Die Spartans Davis und Palmer waren auf dem Mond von Braithius V stationiert, als der Angriff begann. Sehen wir uns an, wie sie die ersten Wellen erfolgreich abwehren. Anders als in der Hauptserie spielt ihr das Mobile Halo aus einer sogenannten ISO-Ansicht, also halbschräg von oben. Gesteuert wird mit zwei virtuellen Sticks. Einer wird genutzt zum Bewegen, der andere zum Ballern. Außerdem gibt es noch kleine Schaltflächen für eure Granaten, Spezialfähigkeiten oder zum Waffenwechseln und Panzerfahren. Wer mit virtuellen Sticks nicht klarkommt, der kann auf einem Windows 8 oder 8 RT-Gerät natürlich auch mit der Maus und Tastatur spielen. Die 25 einzelnen Missionen unterscheiden sich zwar vom eigentlichen Ziel, nicht aber von der Action. Rätsel oder wirklich ruhige Momente gibt es keine. Es wird von Anfang bis Ende geballert. Das macht aber trotzdem Spaß, was vor allem an den verschiedenen Missionszielen und den vielen unterschiedlichen Waffen und Spezialfähigkeiten liegt. Hinzu kommt noch eine richtig gute Grafik, ein toller Sound und natürlich auch ein motivierendes Highscore-System. Nach jeder Mission erhaltet ihr nämlich Punkte. Umso besser ihr gespielt habt, umso mehr Punkte bekommt ihr, die ihr dann in neue Rüstung und Waffen stecken könnt. Für ganz Ungeduldige gibt es natürlich auch Microtransactions. Gegen echtes Geld könnt ihr so direkt neue Waffen freischalten. So viel Spaß Halo Spartan Assault auch macht. Schade ist, dass es keinen für die Halo-Serie eigentlich typischen Mehrspieler gibt. Weder mit, noch gegeneinander. Auch könnte für Nicht-Highscore-Jäger der Umfang mit knapp 4-5 Stunden etwas dürftig sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Spartan Assault 6 Euro kostet. Halo Spartan Assault ist ab sofort für Windows Phone 8, Windows 8 und 8 RT-Geräte verfügbar via Marketplace. Untertitelung des ZDF für funk, 2017